Ist das das ganze Flugzeug oder ist das nur was, was hinten abgeflogen ist? Scheiße. Das ist nicht das Flugzeug, da fällt jemand raus. Nein, die sind da oben zusammen, Mama. Das andere ist da hinten. Das ist nicht das Flugzeug. Wo stürzt denn der rein? In See? Nee. Natürlich. Da, Mario, guck mal da hinten. Ach, du Scheiße. Das sind die Düsenjäger gewesen. Mario, ruf mal irgendwo an, Polizei oder? Das haben die doch alle gesehen. Die sind zusammengestoßen. Ja, hab ich doch gesagt. Ich dachte, der stürzt in See. Ich dachte, der stürzt in See. Mama, die da hinten kommt schon an. Du weißt aber, wo das ist da hinten. Was das für ein Ort ist, dass du das sehst. Alter, wie zittert die Hand. Ich dachte. Ich dachte, der stürzt in den See. Vielen Dank.